Und jetzt, Ende April, Anfang Mai, sind Sie in St. Petersburg auch zu zwei Konzerten eingeladen. Nehmen Sie jetzt das Keyboard-Ensemble der Musikschule den Marschen. Vorhang auf! Und hier ist der Leiter, Musiklehrer Jakob Brandin. Herzlich Willkommen! Hallo! Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir spielen... Wir dürfen jetzt zweitemals spielen, was wir veranstalten. Und als erstes spielen wir gekanntes Stück von Die Brücke, Smog on the Water. Viel Spaß! Vielen Dank! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020